Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. In der letzten Zeit wurde, glaube ich, kein Thema heißer diskutiert als der Server Wallback, beispielsweise der sogenannte Server Vibe. Worum ging es da? Das große Problem, was die World gerade jetzt in den Anfangszeiten hatte, waren einfach die ganzen Bugs, Glitches und Exploits, die einfach in diesem Spiel drin waren. Dadurch haben sich viele Spieler einfach große Vorteile verschafft, haben schneller gelevelt, haben enorme Goldmengen einfach generiert oder haben natürlich auch einfach schneller Waffen gelevelt etc. pp. Dazu kam dann noch das große Bot-Problem einfach, was die Wirtschaft hier auch noch ein bisschen angekriselt hat einfach. Und viele Spieler haben dann nun gefordert und gesagt, hör zu, liebes Amazon Game Studios Team, setzt doch einfach per Wallback den Server zu einem früheren Zeitpunkt einfach zurück, so dass die Wirtschaft und alles wieder ein bisschen stabiler ist, bevor die ganzen Glitches etc. pp. waren. Andere Spieler waren dann noch härter und haben gesagt, wir fordern einfach einen kompletten Server Vibe. Das wäre es dann nämlich gewesen, dass die ganzen Server einfach wieder komplett auf Anfang gesetzt werden und alle Spieler müssen hier nochmal von vorne anfangen. Nun haben die Entwickler aber eine Antwort in dem Forum verlauten lassen und haben geschrieben, zu einem aktuellen Zeitpunkt sehen wir weder einen Wallback noch einen Vibe in Betracht zu ziehen. Heißt im Großen und Ganzen, wir brauchen hier keine Angst haben, dass in der nächsten Zeit ein Wallback oder ein Server Vibe stattfinden wird. Also keine Sorge. Des Weiteren haben die Leute dann aber gefragt, ja wie sieht das Ganze denn aus? Wäre es denn nun möglich, dass hier einfach nochmal komplett ein neues Server aufspielt, wo wir dann hintransen können, wo alle nochmal die einfach Bock haben, wirklich von vorne einfach anfangen können, die Wirtschaft nochmal komplett alles von neu machen können, ohne die ganzen Bugs und Glitches. Denn Patch 1.0.5 hat hier einfach sehr gut dafür gesorgt gestern, dass einfach die Server wieder super gut laufen. Viele Bugs, Exploits und Glitches wurden hier einfach behoben und das ist einfach ein sehr, sehr positives Zeichen. Nun interessiert mich aber nun auch mal eure Meinung, denn das Camp ist da sehr gespalten. Die einen wollen immer noch einen Wallback und einen Server Vibe haben, die anderen sagen nein, auf keinen Fall. Oder wie sieht ihr natürlich auch der Thematik entgegen, vielleicht einfach komplett ein neues Server zu gründen, wo man dann zum Beispiel entweder nochmal von vorne leveln kann, beispielsweise natürlich auch einfach kostenlos dann mit seinem Token, sofern man diesen noch nicht benutzt hat, hintransferieren kann und sozusagen den Server nochmal komplett von vorne belebt. Schreibt mir einfach mal eure Meinung diesbezüglich auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn dieses Video euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, denn weiß ich das, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier natürlich auch einfach voran. Möchtet ihr immer um das Thema New World Tipps, Tricks, Guides, Livestreams etc. auf dem Laufenden bleiben, so könnt ihr hier oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr hier sogar noch schneller drüber informiert. Ansonsten die Livestreams finden auf YouTube und auf Twitch statt. Der Twitch-Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr in Erwägung zieht, ein kostenloses Follower dazulassen, würde mich dieses ebenfalls sehr freuen. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter in diesen Krisenzeiten und nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für so viel Support, so viel Liebe hier auf diesem Kanal in der letzten Zeit. Einfach vielen, vielen lieben Dank. Kann man einfach nicht oft genug sagen. Nun bin ich auf jeden Fall raus, benutzt schön fleißig die Kommentare. Ich freue mich darüber. Bis dahin, haut rein, euer Brocken.